Die evangelisch reformierte Kirche ist eine von 20 Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland. Wie alle Landeskirchen ist sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Leer. Die Kirche hat ca. 188.000 Gemeindeglieder in 146 Kirchengemeinden und ist eine der reformierten Kirchen innerhalb der EKD. Sie gehört auch zur Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen und trat 2003 der Union Evangelischer Kirchen bei. Darüber hinaus ist sie Mitglied des reformierten Bundes, der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Gebiet der Landeskirche Die evangelisch reformierte Kirche ist die einzige Landeskirche der EKD, die kein geschlossenes Gebiet aufzuweisen hat. Dies ist in der Geschichte der reformierten Gemeinden in Deutschland begründet, die eine Minderheit unter den protestantischen Gemeinden in Deutschland ausmachen. Reformierte Gemeinden entstanden meist von der Basis her oder wurden nur in kleineren Herrschaften eingeführt. Die Einzelgemeinden waren oft über eine längere Zeit nahezu vollständig autonom. Sie schlossen sich, wenn überhaupt, erst sehr spät zu übergeordneten Verbünden oder Kirchen zusammen. Eine Ausnahme bilden hier die Gemeinden der reformierten Lippischen Landeskirche, die seit der Einführung des reformierten Bekenntnisses in Lippe eine gemeinsame Landeskirche bilden. Die reformierten Gemeinden in der Grafschaft Bentheim und Ostfriesland pflegten lange enge Verbindungen zu den Niederlanden, die gewissermaßen als Schutzmacht der Reformierten beispielsweise gegenüber dem Fürstbistum Münster fungierten. Die reformierten Gemeinden, die 1817 zu Preußen gehörten, schlossen sich auf Anordnung des Königs der Union von lutherischen und reformierten Gemeinden an. So gehören z. b. viele reformierte Gemeinden im heutigen Nordrhein-Westfalen aufgrund der seinerzeitigen Union zu den jeweiligen Landeskirchen und nicht zur evangelisch-reformierten Kirche. Uniert sind auch die Evangelische Landeskirche in Baden, die Evangelische Kirche der Pfalz, die Bremische Evangelische Kirche, die Evangelische Landeskirche Anhalts und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck. So liegen fast alle traditionell reformierten Teile Deutschlands im Gebiet einer unierten Landeskirche. Die einzigen Ausnahmen sind das frühere Land Lippe mit seiner reformierten Landeskirche sowie der nordwestliche Teil von Niedersachsen. In Bayern gibt es nur zwei traditionell reformierte Gemeinden, die meisten der heutigen Gemeinden entstanden durch Zuwanderung seit dem 17. Jahrhundert. Ab 1834 trennte sich unter Einfluss des niederländischen Predigers Hendrik de Kock in der Grafschaft Bentheim und in Ostfriesland die altreformierte Kirche ab. Vor allem im Bentheim-Land gewannen Anhänger der Theologie des Elberfelder Theologen Hermann Friedrich Kohlbrügge von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts beherrschenden Einfluss. Die meisten reformierten Gemeinden, die heute zur evangelisch-reformierten Kirche gehören, befinden sich im nordwestlichen Niedersachsen, weitere verteilen sich auf das restliche Niedersachsen und auf Bayern. Ferner gehören einzelne Gemeinden in den Ländern Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein zur reformierten Landeskirche. In der Regel gibt es am selben Ort auch Gemeinden, die zur regionalen, lutherischen oder unierten Landeskirche gehören. Daneben gibt es in Deutschland auch reformierte Einzelgemeinden, die nicht zur evangelisch-reformierten Kirche gehören. Sie sind in der Regel jedoch, wie die evangelisch-reformierte Kirche selbst auch, Mitglieder des reformierten Bundes, des Dachverbandes nahezu aller reformierten Gemeinden in Deutschland. Geschichte Die reformierten Gemeinden der heutigen evangelisch-reformierten Kirche haben eine sehr unterschiedliche Geschichte und Tradition. Sie alle zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, weil auf jede der rund 140 Kirchengemeinden näher einzugehen wäre. Die meisten Gemeinden gehörten im 19. Jahrhundert zum Königreich Hannover, das 1866 eine preußische Provinz wurde. Im Einzelnen gehörten die reformierten Gemeinden der Provinz Hannover zu folgenden früheren Herrschaftsgebieten. Fürstentum Ostfriesland, Grafschaft Bentheim, Niedergrafschaft Lingern und Stadt Papenburg, Erzogtum Bremen, Grafschaft Plesse. Für all diese Gemeinden der Provinz Hannover wurde 1882 eine gemeinsame Synodalordnung erlassen und durch Verfügung des Königs von Preußen in Aurich, eine Kirchenbehörde mit kollegialer Verfassung, das Konsistorium, gebildet. Damit war die evangelisch-reformierte Kirche der Provinz Hannover entstanden. Das Konsistorium in Aurich war jedoch zugleich auch Provinzial-Konsistorium für die Kirchengemeinden der Lutherischen Landeskirche im Nordwesten der Provinz Hannover. In den alten preußischen Provinzen hatte man 1817 eine Union zwischen Lutherischen und reformierten Gemeinden durchgeführt. Dies ließ sich innerhalb der Provinz Hannover jedoch nicht realisieren. In die evangelisch-reformierte Kirche der Provinz Hannover wurden zunächst die reformierten Gemeinden in Hannover, Altona, an Münden, Göttingen, Zelle, Bückeburg, Stadt Hagen und Braunschweig nicht aufgenommen. Diese bildeten seit dem 18. Jahrhundert die Niedersächsische Konföderation, eine besondere Vereinigung reformierter Gemeinden, die vor allem aus der hugenottischen Tradition stammen. Die meisten dieser Gemeinden traten aber später doch noch der evangelisch-reformierten Kirche bei. Andere bildeten hingegen ab 1928 gemeinsam mit der evangelisch-reformierten Gemeinde Göttingen und der reformierten Kirche Bayerns den Bund. Evangelisch-reformierter Kirchen Deutschlands. Doch trat die reformierte Kirche Bayerns 1989 aus dem Bund wieder aus und schloss sich der evangelisch-reformierten Kirche an. Bereits seit 1866 gab es innerhalb der Provinz Hannover ein Landeskonsistorium in Hannover. Die fünf zuvor schon bestehenden Provinzkonsistorien wurden jedoch zunächst noch weitergeführt. Bis 1904 wurden alle, außer jenem in Aurich, aufgehoben. Dies lag an der Besonderheit der seit 1766 allmählich entwickelten Parität dieser Verwaltungsbehörde in Aurich. Oberhaupt der hannoverischen Provinzialkirchen, also sowohl der lutherischen als auch der reformierten Kirche, war der König von Preußen als Somus Episkopus. Die geistliche Leitung der reformierten Kirche oblag dem Superintendenten in Aurich. Nach Gründung der evangelisch-reformierten Kirche der Provinz Hannover 1882 wurden weitere Gemeinden aufgenommen. Und zwar 1886 die unierte Kirchengemeinde Freeren-Emsland und 1901 die evangelisch-reformierte Gemeinde Hannovers. Ferner entstanden in jenen Jahren auch neue reformierte Gemeinden U.A.R. in Hameln und Hildesheim. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden beide Landeskirchen der Provinz Hannover selbstständig, indem sie 1922 eigene Verfassungen erhielten. Das paritätisch besetzte Konsistorium in Aurich wurde in ein reformiertes Konsistorium umgewandelt und das Landeskonsistorium in Hannover wurde nunmehr für alle lutherischen Gemeinden innerhalb der Provinz Hannover zuständig. Die von Aurich aus verwaltete Kirche nannte sich nunmehr evangelisch-reformierte Landeskirche der Provinz Hannover. Das Konsistorium in Aurich wurde zum Landeskirchenrat. Die Verfassung der Kirche trat jedoch erst 1925 endgültig in Kraft. In der Folgezeit wurden weitere Gemeinden in die Kirche aufgenommen. Bereits 1923 traten die reformierten Gemeinden Altona, Zelle und Hannover-Schmünden der Kirche bei. 1927 folgte die reformierte Gemeinde Lübeck und 1937 die reformierten Gemeinden in Rinteln und Möllenbeck. Die zuvor zur evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck gehört hatten. Das Gebiet der Landeskirche reichte nunmehr erstmals über die Grenzen der Provinz Hannover hinaus. Obwohl Hannover reformiert zu den sogenannten intakten Landeskirchen während der NS-Zeit zählte, gab es ein heftiges Ringen innerhalb der Kirche um den rechten Kurs gegenüber dem NS-Staat, der von der Masse der Kirchenglieder 1933 begrüßt wurde. Auch traten 1933 viele reformierte Pastoren den nationalsozialistischen deutschen Christen bei. Die meisten verließen diese indes nach der Berliner Sportpalast-Kundgebung der DC im November 1933, auf der das Alte Testament als jüdische Schrift verworfen wurde. In der Folgezeit kam es zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche zwischen den Anhängern der DC, dem staatsnahen und beschwichtigenden Kurs der Auricher Kirchenleitung und den Bekenntnispastoren, unter denen Friedrich Middendorf aus Schüttorf, Reinhards mit aus Hameln oder Hermannstehen aus Holthusen hervorzuheben sind. Erst seit wenigen Jahren werden verstärkt Forschungen zur Haltung der reformierten Kirche zum Nationalsozialismus unternommen, mit teilweise bemerkenswerten neuen Ergebnissen. Ab 1949 in Folge des Aufgehens der Provinz Hannover in Niedersachsen und der damaligen Verbreitung der Mitgliedsgemeinden, nannte sich die Landeskirche den neuen Verhältnissen entsprechend evangelisch reformierte Kirche in Nordwestdeutschland. Sie wurde Gründungsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Jahr 1951 schloss sich die Stuttgarter reformierte Gemeinde an, die vorher zeitweise zur Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehört hatte. In den 1950er Jahren zog die Kirchenleitung wegen der besseren Verkehrsanbindung von Aurich nach Leer um. 1959 gab sich die evangelisch reformierte Kirche in Nordwestdeutschland eine neue Verfassung, die inhaltlich aber im Wesentlichen die alte Verfassung von 1922 bestätigte. 1971 schloss sich die evangelisch reformierte Kirche der neu gegründeten Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen an. 1989 erfolgte schließlich die wohl größte äußerliche Änderung der Landeskirche. Es schloss sich ihr die evangelisch reformierte Kirche in Bayern an und die vergrößerte Kirche nannte sich ab 1. Februar 1989 evangelisch reformierte Kirche, Synode evangelisch reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland. Zur gleichen Zeit wurde auch die Verfassung der Kirche erneuert. Aus dem Landeskirchentag wurde die Gesamtsynode mit dem Präses der Gesamtsynode an der Spitze. Aus dem Landeskirchenvorstand wurde das Morderamen der Gesamtsynode und aus dem Landeskirchenausschuss wurde der Synodalvorstand. Im Zuge der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten 1990 trat 1993 und 90 auch die reformierten Gemeinden in Bützow und Leipzig mit der inzwischen gegründeten Filialgemeinde Chemnitz der evangelisch reformierten Kirche bei. Ein Jahr später, 1994, wurde Chemnitz-Zweckau eine selbstständige Gemeinde. 1996 trat die wallonisch-niederländische Gemeinde Hanau der evangelisch reformierten Kirche bei. Sie gehörte ebenso wie die Gemeinden Leipzig, Chemnitz-Zweckau und Stuttgart mit allen bayerischen Gemeinden zum Synodalverband XI. Trat 2008 aber wieder aus der Landeskirche aus. Im Dezember 2006 unterzeichnete die reformierte Landeskirche nach 170 Jahren der Kirchenspaltung mit der evangelisch-altreformierten Kirche im Kloster Frenz wegen bei Nordhorn einen kirchenhistorisch bedeutsamen Kooperationsvertrag. Seit Ende 2009 bezeichnet sich die Landeskirche offiziell als evangelisch reformierte Kirche. Der Zusatz-Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland ist entfallen. Eine Vereinigung der Landeskirchen in Niedersachsen ist wiederholt ins Gespräch gebracht worden. Im Jahr 2012 traten die evangelisch-reformierte Kirche in Hamburg und die evangelisch-reformierte Gemeinde Braunschweig der Landeskirche bei. Die Ordination von Frauen zum Pfarramt ist wie in allen Gliedkirchen der EKD möglich. Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ist mit Zustimmung der jeweiligen Gemeinde möglich. Aufbau der Landeskirche An der Basis stehen die Kirchengemeinde als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit gewählten Kirchenvorständen, dem Kirchenrat bzw. Presbyterium, die zusammen mit den Pfarrern die Gemeinde leiten. Die Mitglieder des Kirchenrats bzw. Presbyteriums nennt man Kirchenälteste bzw. Presbyter. Sie werden von den Gemeindegliedern gewählt. Mehrere Kirchengemeinden bilden zusammen einen Synodalverband, der einem Kirchenkreis in anderen Landeskirchen vergleichbar ist. Dieser hat eine gewählte Synodalverbandsynode und ein Moder-Amen als Leitungsgremium, dem ein Präses vorsteht. Die Synodalverbände sind ebenfalls Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die neuen Synodalverbände bilden die Landeskirche. Böhmer-Woldbunde, Kritzum, Dietzum, Ditzumerverlad, Hartzum, Holthusen, Jemgum, Kirchburgum, Landschaftspulder, Marienkorps, Medlum, Müllenwaff. Oldendorp, Nendorp, Sankt, Angerstein, Bowenden, Edigerhausen, Etzenborn, Göttingen, Hahn, Bayreuth, Chemnitz, Zwickau, Erlangen, Bad Grönenbach, Hanau, Herbeshofen, Leipzig, Marienheim, Münchene, München II, München III, Nürnberg. Schwabach, Stuttgart, Leitung der Kirche. Die evangelisch reformierte Kirche kennt keine Hierarchie im eigentlichen Sinne, sie wird vielmehr von der Basis her verwaltet und gibt nur diejenigen Aufgaben an nächsthöhere Instanzen ab, die sie vor Ort nicht erledigen kann. Diese Struktur wird als Presbyterial-Synodal bezeichnet. In allen Gremien der Kirche sind mehr Laien als Pfarrer vertreten. In den Synoden der Synodalverbände treffen sich die Pfarrer aller zugehörigen Gemeinden und weitere Vertreter der Gemeinden. Sie wählen unter anderem die Delegierten in die Gesamtsynode. Der Gesamtsynode obliegt die Leitung der Gesamtkirche. Die Gesamtsynode wird von ihrem Vorsitzenden Präses einberufen und geleitet. Sie tagt in der Regel in der großen Kirche in Emden oder an anderen Orten mit evangelisch reformierten Gemeinden. Die Gesamtsynode wählt alle sechs Jahre aus ihrer Mitte das Modder Amen der Gesamtsynode, die ständige Vertretung der Gesamtsynode. Die Gesamtsynode wählt für eine Amtszeit von bis zu zwölf Jahren den Kirchenpräsidenten zum geistlichen Leiter der Landeskirche. Ebenfalls für zwölf Jahre wird ein Jurist zum Vizepräsidenten gewählt. Dem Modder Amen gehören neben dem Kirchenpräsidenten, dem Präses der Gesamtsynode und dem Vizepräsidenten sieben weitere Synodale an. Bis 1989 lautete der Titel Kirchenpräsident. 1925 bis 1931 Johann Nikolaus Dietzen, Kirchenpräsident 1931 bis 1946 Johannes Theodor Horn, Kirchenpräsident 1946 bis 1953 Friedrich Middendorf, Kirchenpräsident 1953 bis 1965 Wilhelm Buetkamp, Kirchenpräsident 1965 bis 1972 Udo Heinrich Kruse, Kirchenpräsident 1973 bis 1977 Peter Petersen, Kirchenpräsident 1977 bis 1999 Hinnerk Schröder, Kirchenpräsident Ab 1989 Präses der Gesamtsynode 2000 bis 2013 Gareth Dünsen, Präses der Gesamtsynode 2013 bis 0000 Norbert Nordholt Das Amt wurde erst zum 1. Mai 2004 neu geschaffen und ersetzt Das Amt des Landessuperintendenten 2004 bis 2013 Jan Schmidt 2013 bis 0000 Martin Heimbucher Das Amt wurde erst zum 1. Mai 2004 neu geschaffen und ersetzt Das Amt des Präsidenten 2005 bis 2013 Johann Weißmann 2015 bis 0000 Helge Jor General Superintendenten bzw. Zum 1. Mai 2004 wurde dieses Amt aufgehoben und durch das Amt des Kirchenpräsidenten ersetzt 1866 bis 1903 Petrus Georg Bartels General Superintendent 1903 bis 1918 Hermann Wilhelm Müller General Superintendent 1918 bis 1927 Gerhard Köper Landessuperintendent 1927 bis 1951 Walter Heulwig Landessuperintendent 1951 bis 1963 Walter Herrenbrück Landessuperintendent Landessuperintendent 1963 bis 1987 Gerhard Nordholt Landessuperintendent 1987 bis 2004 Walter Herrenbrück J.U.N. Landessuperintendent Präsidenten des Landeskirchenrats bzw. Zum 1. Mai 2004 wurde dieses Amt aufgehoben und durch das Amt des Vizepräsidenten ersetzt 1904 bis 1925 Linke Oderhoff, Präsident des Konsistoriums in Aurich 1925 bis 1937 Otto Koopmann, Präsident des Konsistoriums in Aurich 1937 bis 1946 1946 bis 1958 Bertolt Focken, Präsident des Landeskirchenrats 1958 bis 1959 Kommissarische Leitung durch Landessuperintendent Herrenbrück 1959 bis 1969 Hans Garnotten, Präsident des Landeskirchenrats 1969 bis 1994 Wilfried Stolz, Präsident des Landeskirchenrats ab 1989 Präsident des Synodalrats 1994 bis 2004 Ernst Joachim Pagenstecher, Präsident des Synodalrats Gesangbücher Die Gemeinden der evangelisch reformierten Kirche singen bzw. sangen in den letzten Jahrzehnten aus einer Vielzahl von Gesangbüchern. Jedes Gebiet, T, auch einzelne Gemeinden, hatte ein eigenes Gesangbuch. Größere Verbreitung hatten vor allem nachfolgend genannten Gesangbücher. Ein einheitliches Gesangbuch aller Gemeinden der heutigen Landeskirche wurde erst mit dem jetzigen evangelischen Gesangbuch eingeführt. 100 evangelische Lieder zunächst für die reformierten Gemeinden in Ostfriesland Emden 1852 Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus in den reformierten Gemeinden Ostfrieslands Mit Genehmigung der kirchlichen Behörde herausgegeben von dem Kötus der reformierten Prediger Emden um 1870 Evangelisch reformiertes Gesangbuch herausgegeben im Jahre 1929 von der evangelisch reformierten Landeskirche der Provinz Hannover Später mit dem Titel herausgegeben von der evangreformierten Kirche in Nordwestdeutschland Evangelisches Kirchengesangbuch Ausgabe für die evangreformierte Kirche in Nordwestdeutschland Gütersloh U. A. Eingeführt 1969 Evangelisches Gesangbuch Ausgabe für die evangelisch reformierten Kirche Die evangelische altreformierte Kirche in Niedersachsen In Gemeinschaft mit der Evangelischen Kirche im Rheinland Der Evangelischen Kirche von Westfalen Der Lepischen Landeskirche In Gebrauch auch in Gemeinden des Bundes evangelisch reformierter Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland Gütersloh, Bielefeld Nu Kirchen fluin Eingeführt am 1. Advent 1996 Presse Die evangelisch reformierte Kirche gibt die vierte jährlich erscheinende Zeitschrift Reformiert heraus die an alle Haushalte, in denen mindestens ein Kirchenmitglied lebt, verschickt wird Siehe auch Liste der Kirchen der evangelisch reformierten Kirche Grغatten A.F. G. P. P. P.